hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf mein fifa die schüsse besonderes video denn wir haben die 30 abonnenten geknackt mit dabei ist es die flachse der die 20 abonnenten geknackt hat am gleichen tag mit dabei auch noch die ein bisschen reinreden darf mario die hat scheiß internet deswegen das hört man auch schon scheiß internet haste kauft ihr besseres internet in die familie danke warte 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 hallo einzeln bambus da können wir dann mal ein bisschen bitte ein bisschen bis das internet geben für die aufnahme danke maria hat schlechte launen das hat man noch an ihrer stimme ja ja hier der vergleich zum video vom letzten video ey an dem tag du willst aufnehmen auf acht tage seines weihnachten ist halt so ne ist das wirklich so da kriegst die rocket count xtd ich wohne mit ihr auch ich bekomme sie geschenkt und maria nein die pinken haben das graue bett jetzt noch mal ohne lecken reden hallo aus dem rückten grauer wenn ich sehe denn das war unbewusst dann nimmst du die entschuldigung an das ist ein pack und es ist echt toll es gefällt mir sehr gut persönlich es ist mein allererstes 2 oder 3 keine ahnung ich kann nicht zählen chaotisches video der ganzen welt 30 abos plus mädchen nein schreibt doch schreibt 30 abo pack plus verrücktes video oder verrückte video mit zwei tonne da habe ich meine meinung zu meinen also das feuer sich gerade zum ersten mal das gefällt mir sehr gut die schwerter gefallen mir auch sehr gut das bett ich bin nicht oder mario gefällt aber wenn ich einmal gefallen werde wird mit toll gefallen und was wurde noch geändert die sand blöcke und so wurde geändert der stick der gefällt mir und was wie heißt das der gold abwechslung sagen ja gold apfel enderpelle und wie heißt der eine stein send von und der wetten die habe ich auch in fast vielleicht werde ich noch eine runde beruf aufnehmen in der time lapse oder so damit ja auch noch die sachen sieht aber vielleicht auch nicht kommt drauf an vielleicht meist man sie auch ja hier auf maps einfach ja also diese lilanen komisch steine retten die blauen sind sandstone der hatte voll viele ressourcen gut dann hol dir was davon auf den keks auf den runden und weiß die eck ab ich hoffe den fähigen kicken weiß die rundungen ab ihr müsst ihr bruder ist für das internet verantwortlich weil er gerade was macht und ihr internet sehr unstabil ist kann man das so nennen mario ich nur gerade als er wagt man dann zurück hallo er was für unser shopkeeper hat er mein face die reihe das ist gut und dann ist ja nur ein grösschen ross und tostie also das muss man jetzt hier komplett rauskommt man kann gut im pvp oder heck die oder er es ist ganz klar auch ein junge definitiv nein das enttäuscht mich jetzt mal ausgebogen das was ich jetzt drinnen auch leider eine frage schreibt mir die kommentare wollt ihr ein best auf 2017 heute soll er kommt doch rein das kommt da rein so hundert prozent hast du die bekommen ich sag eigentlich sowas nie ich weiß nicht wie ich immer darauf kommen in den aufnahmen nein das oben wieder keine falle ich weiß aber dass da oben ist ich weiß wo bist du wieder hoch ich bin bei denen ich noch zu denen gerade ich bin auf dem baum ich gehe runter und schlag ihn um ab ihn wieder der hat gar keine chance bei uns und ich habe da mit ich bin das immer in dem video so viele schimpfwort es tut mir leid guck mal was der hat mit sternchen gestehen er darfst jetzt für oh 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 ich weiß schon was ich mir ausdenken als strafe für dich ja es war nicht ich würde auch sagen es war nicht die hätte nein aber ich weiß nicht wenn er wartet man du kannst für die falle ist ja kannst du dieses sony drüben verwenden aber für dieses wo ich am anfang ganz viel von diesem einen anderen wort gesagt habe was ich in dem moment oft sagen das musst du mit piet machen weißt du warum weil es sich dann lustig an die ganze zeit Piep, 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 piep. Kommt, deswegen muss ich... Du lässt es mit piep, okay? Piep, piep, piep? Okay. Fahnequehedgehog. Leute, was ist euer Lieblings? Scheibst du, Mutter? Was? Was ist was? Nochmal, Mareile. Bitte diesmal neun. Was ist euer Lieblings? Schreibt in den Comment. Eure Lieblings-was? Du redest zu leise. Lieblings-lied. Euer Lieblingslied. Ach, Lieblingslied. kommentare ihr habt ihr gehört hört auf ein mädchen das ist nämlich das video was auch noch kommen sollte und hier auch noch dreht kanal drei kanäle und spielen so eine auf jeden fall hat mit mir nicht was das zu heißen hat wenn die fans von max wenn die fans von max wüssten alle die ja würde man sagen was danke dafür der heck der tötet mich voll schnell der heck was hatte alles drin der ist der letzte ja ich habe gerade das team ausgeschaltet jetzt hat er bestätigt macht er bestimmt alles rein killaura macht er rein wenn du voll macht der rein alles warum kennt sie mich damit so gut aus auch kein anderer mich so damit so gut auskennen darf ich mal auch mal reden ja ja rede an max wenn er das video sieht ich weiß was du sagst kommt in die schule richtig wie lange ist max schon nicht da ja ist lieber nicht bei weiß schon an dieser stelle ist erster keller das war's mit dem video leute ich hoffe es hat euch gefallen schaut auf jeden Fall bei Enten noch mal rein bis dahin tschau mal rein hast du auch noch was zu sagen nein okay tschüss önergifste 7 2 r r r r r r r r r Vielen Dank. Vielen Dank.